Kontoschutz klingt nach Sicherheit. Aber warum braucht Ihr Konto eigentlich zusätzlichen Schutz? Tatsächlich geht es weniger um Ihr Konto als um Ihre finanzielle Sicherheit. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie brauchen eine neue Waschmaschine, die Anzahlung für Ihren Urlaub steht an oder irgendeine andere Anschaffung. Weil es auf Ihrem Konto gerade mau aussieht, nehmen Sie den praktischen Dispo-Kredit Ihrer Bank in Anspruch. Dann steckt Ihr Konto zwar erstmal in den roten Zahlen, doch dank der monatlich eingehenden Gehaltszahlungen wird es ja bald wieder im Plus sein. Also, alles bestens, ja und nein. Denn wenn sich Ihre persönliche Situation ganz plötzlich verändert, Sie beispielsweise infolge einer Erkrankung arbeitsunfähig werden, Sie Ihre Arbeit verlieren oder Ihre Firma Kurzarbeit anmeldet und Ihr Einkommen deshalb von heute auf morgen deutlich niedriger ausfällt, kann Ihre finanzielle Lage durch die weiterhin fälligen Rückzahlungen und Zinsen aus dem Gleichgewicht geraten. Es drohen Überschuldung und im schlimmsten Fall sogar die Privatinsolvenz. Damit genau das nicht passiert, bieten Ihnen Kontoschutzlösungen finanzielle Sicherheit, zum Beispiel bei Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. Die Versicherung zahlt in diesen Fällen monatlich einen Betrag auf Ihr Konto ein, dessen Höhe Sie vorab bestimmen. Kontoschutzlösungen helfen auch mit einer einmaligen Zahlung bei Scheidung oder im Todesfall. Kurz und gut. Kontoschutzlösungen tragen dazu bei, sich selbst und die ganze Familie wirkungsvoll gegen finanzielle Notlagen abzusichern. R&V – Die Versicherung mit dem Plus R&V – Die Versicherung von type Gästen R&V – Die Versicherung mit dem Plus